So, was genau müssen wir denn machen? Da haben wir es. Betritt das Varidi-Lagerhaus in Ophir. Hier haben wir auch noch was. Anton Rogue. Okay. Dann würde ich sagen, packen wir unsere Sachen und auf geht's. Auf dem Weg zur Nebenquest gehen wir noch bei diesem Rogue vorbei. Ja. Die hassen uns jetzt alle. Hat sie mir noch eine mitgegeben. Oh, du bist vergiftet, armer. Die hat Zeug liegen lassen. Gännen wir uns. Die auch. Gännen wir uns. Sogar ziemlich gutes Zeug. So. Da oben ist die nächste Quest. Shit, jetzt sind wir da voll ins Westfamist rein. Wir sollten auf alle Fälle so oft schießen, wie wir nur kennen. Denn das macht echt ordentlich Damage. Und wir müssen... Und die Zeit, die wir dann zum... Wiederabkühlen brauchen, können wir dann... mit Schlägen auffüllen. So, so kann man ihn ziemlich schnell abhandeln, muss man sagen. Also das Kampfsystem, das am Anfang noch so... schwer und unvorhersehbar erschien, ist jetzt mittlerweile eigentlich echt... einfach. Dass jeder Mensch irgendwie ziemlich ähnlich agiert, egal in welcher Fraktion der jetzt ist. So, da vorne ist der... der NPC. Okay, da hoch. Die hasst du uns auch, ne? Ne. Die hasst du uns nicht mehr, weil jetzt hasst du uns ja die Armys schon. Und uns kann sich auch nicht alles anlegen, ne? Das verstehe ich schon. Vergiften wir mal wieder einen. Autsch. Oh, fuck. Das war ja mal richtig unfair. Ja, klar schlagt alle auf mich ein, wenn ich immer noch gestunnt bin. Schön, dass du nicht triffst. Muss man wieder Zielwasser schlucken. Okay, jetzt schlägt er doch ihn durch. Bist du unter Schock gesetzt worden, hm? So ein Pech. Soll ich dich schocken? Okay, dann halt nicht. Es geht nicht. Man kann dich schocken jetzt. Den geben wir ein paar mit. Meine beiden Leute sind natürlich schon wieder hinüber. Wie jedes Mal, wenn man ein bisschen mehr Leute hat, die man abschlachten muss. Die sind echt, ja, das sind Taugenichtse. Allesamt, sogar der Mutant. Wundert mich fast. Ich dachte wenigstens, der ist brauchbar. Tatsache ist, er ist sogar brauchbar, denn wir können sehr viel mehr mit uns rumschleppen mit dem dabei. Ich glaube, 250 mehr Inventar haben wir jetzt. Das ist halt echt massig. Wenn man standardigemäß gerade mal 300 hat, der verdoppelt das fast. Der Wahnsinnige. Holen wir uns erst das Zeug. Knacken. Mach mal auf hier. Vielleicht sollte ich mich als einer von denen verkleiden. Sorry, ich muss hier durch. Ja, okay. Oh je. Der will auch noch sterben. Der sowieso. Au. Okay, für was ich die Trophy habe, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich so und so viele menschliche Gegner besiegt habe. Das kann sein. Ja, ich muss sie auch immer beseitigen, ne. Weil die greifen mich jedes Mal wieder an. Das sind immer die gleichen NPCs, die mich da angreifen. Die lernen das auch nicht. Die werden das immer wieder machen. Und immer wieder liegen sie am Ende am Boden rum. Die müssen den Job langsam hassen. Und der muss uns auch so richtig hassen. Herr Manser. Herr, die sight of your face has started to give me agita. To what do I owe the displeasure this time? I can't give you the cargo you wanted. Sorry. You're sorry? You are? Not half as sorry as I am. I thought we could collaborate, Manser. Had high hopes? But your lack of execution reveals yet another army dog. How disappointing. I am afraid your loyalty is very much misplaced. A couple slum merchants seem to be facing some mild forgetfulness on the issue of protection serum. I'd love it if you perhaps help jog their memories for me. Can do. I'm going to send some company along with you to lend a gentle hand to make sure that the lessons learned and the payment preferably in serum finds my hungry little hands by day's end, whether they want to pay or not. Krass. Der gibt uns immer noch Jobs. Wir tun ihn jedes Mal verarschen. Jedes Mal machen wir genau das, was er nicht will. Und trotzdem will er noch, dass wir seine Arbeit erledigen. Der ist schon nicht ganz sauber. Der treibt sich ja selbst in den Ruin. Wir wollen eigentlich nur die Map aufmachen. So, da müssen wir hin. Das sind die Kaufmänner und dann geht's auch gleich weiter. Okay, passt. Wissen wir Bescheid. Ui, den blindern wir hier noch. So. Ah. Technomancer. Aber anscheinend, die dir zur Armee gehören. Blitzel, 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 blitzel. Au. Gündir. Schlaf erst mal ein bisschen. Was können wir hier noch finden? Sehr viel Rüstung auf alle Fälle. So, das müsste eigentlich der Kaufmann sein, oder? Ah, da, ein Bettler. Nee. Hä? Was muss ich hier machen? Hallo? Der Typ will nicht mit mir reden. Dann unterhalten wir uns erst mit dem Anderen. Dann unterhalten wir uns erst mit dem Anderen. Aber unterhalten wir uns erst mit dem Anderen. Ja, wir sind ja voll falsch, wir müssen einen Stockgriff weiter nach oben. So, warte, erst gucken wir, ob wir den Spind aufmachen können. Stufe 2. Können wir nicht. So, gucken wir, was wir da oben finden. Die provoziert natürlich gleich wieder. Man kann doch mit dem bestimmt reden. Na ja. Der sieht nicht so aus, als könnte man mit dem Riven. Der Riven nur auf die Hardwickler wissen. Ha! Das ist es! Ich erzähle dir, was du willst. Sehr gut. Du bist derjenige, der Menschen in die Menschen, die ein Obstakel zu der ASC, richtig? Derjenige, der Innocenten in die Rehabilitätskampen herstellt? No. No, look, it's way more complicated than that. Yeah, sure, I was in charge of making up evidence back when Proof was needed to frame some of them. But with the ASC out there headhunting, now all you gotta do is send an anonymous letter to get someone deported. But most of the time, it wasn't I who was in charge of deciding who had to leave. We would get together and present those who might threaten us. It wasn't a single man's decision. Anton wasn't our chief yet. Not most of the time, but it happened. You sent a bunch of street kids straight to a camp, and I don't see what threat they represented. So? Why? Personal vengeance? What the hell did they do to you? Nothing, but a girl from that gang came to see me. She told me that another kid had overheard us, and she wanted to turn us in. It was believable. And since that snot-nosed kid could have talked about it with his gang, I turned in the whole group. You're lying. It doesn't make sense. None of us would have turned in someone in the group. I know what I'm talking about. Why would I lie to you? The kid, I think her name was Gloria. You lie. Gloria would have never done anything like that. You son of a... You're gonna die, scumbag. We're hindering, dear. Nisha, I understand your anger, but killing him won't give you back your years spent in a camp. Come on, leave him alone and let's go. That guy's a monster, Zach. He used the most sinister characters of our corporations and manipulated them to get rid of poor innocent people. But you're right. This won't give me back what he took from me, nor what he took from others. I'll follow you. I know you'd prefer for us to shut it, but Nisha, do not let such... Nisha, ruf bloß 3. Das hat ja sogar was gebracht. This time, find your answers quickly. Stufe 3. Können wir nicht aufmachen. So, Gloria, diese miese Verräterin. Ja, klauen wir denen erstmal alles aus dem Lager raus, ne? Was haben wir hier? Stufe 3 können wir nicht öffnen. Pech. Okay, passt. Jetzt schauen wir nochmal runter, mal gucken, ob man die Quests jetzt endlich mal machen kann. Ansonsten habe ich hier bald nur noch Questmarker auf meiner Map, weil ja alle Quests verpackt sind. Gucken wir. Wo muss ich raus? Da geht's raus. So. Vielleicht mache ich auch einfach irgendwas falsch. Aber den Schmuggler, den wir bezahlen müssen, der ist halt schon tot. Und mit dem können wir nicht reden. Was sollen wir hier sonst tun? Dem können wir nicht reden. Dem auch nicht. Mit Phobos will ich nicht reden. Das bringt mir ja nichts. Jo, toll. Das ist dann, ähm, die nächste Quest, die wir nicht abschließen können. Ja. Hoffentlich passiert uns das nicht mit einer Hauptquest auch noch. Dann schauen wir uns die nächste Hauptquest an. Gehen wir mal so lang, das geht schneller. Geh er aus dem Weg, Mann. Hättest nur einen Schritt zur Seite gehen müssen. War das unser Schütze, oder? Haben wir einen. Oh Gott, jetzt habe ich hier gleich zwei von denen. Shit. Ey, das tut halt so verdammt weh. Aber ja, gut, ist eine Sprengfalle, ne? Was willst du erwarten? Hin, fort mit dir! Huah! So, aufgeräumt hätten wir. Jetzt nehmen wir erstmal alles, jetzt nehmen wir ihn erstmal alles weg. Ja, viel hatten sie ja nicht dabei. Ja, viel hatten sie ja nicht dabei. Okay. Mal geht's. numerous kommen, okay. Also, wir kommen zu dir in mir. Vielen Dank.